Mach an die Scheiße jetzt. Hallöchen und hallo. Arschlochspiel. Zurück zu diesem tollen Starbound. Arschlochspiel. Ja. So, wir wollten zu Koichi. 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 Hallo, was? Koichi. Hallo. Ja, der will nämlich Fernseher haben und die haben wir ja durch Zufall in den letzten Folgen aufgesammelt. Fernseher. Fernseher. Ja, weil der wollte ja was für sein Museum wieder. Schwachsehnsspiel. Die gibt's gar nicht mehr. Yeah. Ja, ciao, ciao. Boah, wie stolperst du auf den Stein? Hallo, Koichi. Hi, Oma. Wunderbar. Es ist so liebenswürdig von dir, all diese Dinge für mich zu sammeln. Nur noch ein Ausstellungsstück übrig. Okay. Nehmen wir mal an. Reden wir mal hier. Was will er denn? Oh, ja. Das Museum ist so gut wie fertig, aber ich benötige noch eine letzte Sache. Um die Hylottel-Ausstellung zu vervollständigen, kannst du mir bitte einen traditionellen Gong besorgen? Das kann ich dir auch gleich hier geben. Sie sind bei den Hylottel recht weit verbreitet und können in Dörfern und Städten gefunden werden. Ach guck mal, was ist das denn für eine Belohnung hier? Geschwindigkeitsverbesserung. Ein App-Modul, das deine Geschwindigkeit erhöht. Cool. Annimmt. Falscher Knopf. Okay. Gut. Wo bist du hin? Ich brauche erst mal Heilung mitnehmen. Haben wir noch Pflanzenfasern da zu Hause? Ja, voll viele. Geh mal zu dem Frosch. Zu der Kiste, oder? Ja, ja. Ne, der Frosch hat viele. Beim Frosch. Weißt du, rechts beim Frosch. Ich habe zwar auch ganz schön viele, aber wenn du jetzt gerade eh zu Hause bist. Ich bin ein Nazi, oder was? Was willst du? Ich bin ein Nazi, oder was? Warum? Du hast gesagt, der liegt rechts beim Frosch. Der kann doch auch links stehen, Alter. Was willst du denn? Nein, alles gut. Wir sind alle Nazis. Deutsche sind immer Nazis. Alles gut. Alle Deutschen sind Nazis, natürlich. Klar. Hä? Ach so. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich denn hier so ein Loch drin? Aber wegen dem ganzen Heilungsgebürs. Ich frage mich auch immer in meiner Hose. Nanobarb. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen laut. Verband? Verband mit Gewebe, okay. Na, dann machen wir das doch mal. Also Gewebe habe ich da. Und Nanoband habe ich auch. Ich kann mir auch einfach mal hier ein bisschen was rausnehmen. Ich habe ja hier so viel. La, 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 la. So. Was ist das hier am Lacken, ey? Das ist echt ärgerlich. Höh? Ich wollte gerade sagen, warum ich denn mein ganzes Dura-Stahl noch, aber So, was? Beim Frosch ist es in der... oder was? Ja, beim Frosch Ach, warum ist es da hinten? Ja, weil ich voll viel Gewebe immer hab und ich muss das irgendwo hinbringen, also lass ich das einfach mal im Frosch, weil ich nicht weiß wo ich das sonst hin tun soll Ich brauch das nicht mehr, weil ich Ja, weil ich so ein Tier hier hab, was Gewebe scheißt Ja Ist so Okay, also die Scheiße von dem Tier heilt uns Ja, ist doch schön Ist doch schön, wenn Scheiße heilt Ja, ist doch super Klar, bisschen eklig, stinkt zwar ein bisschen, aber ey Solange es hilft, immer nein Immer nein So, ich kann nur heils halten Warum? Ich muss Gewebe Achso Achso Gewebe, Gewebe Ah, okay Ich brauch zwei Gewebe Wie viele kann ich denn? Ich kann ziemlich viele machen eigentlich Ich mach mal Ich mach für dich auch ein paar, ja? Ich hab Danke Oh, die Daumen hat Die Daumen hat Ah, ich hab ja gar nichts mehr zu essen Scheiße, ist ja alles weg Oh, oh, tut mir doch mal leid Warum bist du so gemein zu mir? Das muss so So 20 Verbände Ich kann ja mal kurz erzählen Von der Mod Ich habe eine Mod gefunden Es wird ja für den Es wird ja für Starbound werden ja ganz viele Mods hergestellt Ne? Und es gibt eine Mod Ich bin ja relativ unzufrieden mit meiner Crew Zum Beispiel die Mara hier, ne? Heißt doch Mara Ich guck mal eben Wo ist sie denn? Mannschaft Wer ist sie denn? Mara, genau Die Mara hier Die ist ja so ein bisschen Big Ape Ähm Ja, die ist ja für Big Ape Ne? Also für den Diktator Big Ape Und ich find das ja nicht so gut Dass die für den Diktator Big Ape ist Man sieht das hier auch an ihrem An ihrer Oh, ist das am Leggen, ey Man sieht das hier auch an ihrer Koje Hier Und das passt mir nicht Und die Maya will unbedingt bei mir bleiben Und ich hab gedacht so Ja, ach komm Ich glaube ich hab ne Lösung gefunden Wie die hier bleiben kann Die Maya Töten sie Und hängen sie auf Wie die auf dem Schiff bleiben kann Ich hab wie gesagt Ob sie lebendig oder Töten sie, hängen sie auf Oder nicht ist Auf jeden Fall kann sie auf dem Schiff bleiben Und ich glaube ich hab ne Lösung gefunden Aber worauf ich hinaus wollte Ich werde mir Mit dem Mit der Mod Ach guck mal Hier vorne im Schiff Das ist wirklich Hier vorne im Schiff Leckt's nicht Wo nichts ist Krass Sag ich doch Also muss das irgendwo da hinten sein Muss ich mal ermitteln Äh Ich hab mir Hier ist es drin Es gibt nämlich Ein NPC-Maker Naja Wegmachen Löschen Gucken Was es ist Halt Es gibt nämlich Ein NPC-Maker Arbeitgeberstation A station Used to obtain Employment Äh Bla Und so weiter So Ja Ihr wisst schon was ich meine Auf jeden Fall kann man sich eigene Crewmitglieder machen Weil Ich bin ständig am rumsuchen Die richtigen Crewmitglieder Für mich zu finden Und ich hab jetzt echt die Schnauze voll Ich hab tausende Ja Ich könnte Hab meine Crew locker voll Drei oder 15 mal schon Aber Ich möchte halt ganz bestimmte Charaktere haben Also hab ich mir hier diese Mod besorgt Ja Ich hab Hunger Ja Mit der ich Äh Mir jetzt meine Crewmitglieder selber machen kann Ja Ja Und das Das werde ich dann auch mal tun Ja Ich werde mir eine neue Crew basteln Aber das werde ich dann auch nochmal zeigen Ja Hallo Ja 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 Die Mod Ich kann ja sein Ja Geht's los oder Ne Was Warte 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 Ich möchte Ja gut Okay Komm Immer diese Frau Ich möchte das mit der Crew mal eben nochmal zeigen Oder Ja Ist das okay Ich zeig das mal eben nochmal Ja Weil das ist echt cool Ja Was man da machen kann Also man geht dann halt an diese Arbeitsstation Die kann man sich hier vorne drin bauen So Okay Ja Und dann nimmt man Kauft man Äh Macht man sich hier so ein Ähm So ein NPC Maker Es ist eigentlich quasi egal Nein Nein Es ist eigentlich quasi egal welchen man macht Ja Okay Und wenn man da drauf geht Dann kann man sich hier seine NPCs selber basteln Selber Ja Voll geil Und das für nur 5,99 im Monat Und man kann sich halt auch seine Crewmitglieder machen Und das werde ich dann glaube ich mal ausprobieren So Das wollte ich mal eben zeigen So Mehr will ich ja gar nicht So Gut Wir wollen die Wir wollen den Endgegner platt machen Ne Ey mach ich denn das Oh Mara Oh Ich hab ne Lösung für dich gefunden Mara Du kannst auf meinem Schiff bleiben Aber du wirst schon sehen Du wirst schon sehen So Okay Äh Ich geh da hin Zu dem Endgegner Moment Moment Ich dachte Weißt du ich hab die ganze Zeit Ich hab die ganze Zeit extra gelabert Damit du Zeit hast Ja Und jetzt Jetzt kannst du nicht oder was Okay Was Große Herrschertempel Ja Ich war die ganze Zeit auf dich Große Herrschertempel Ja Ja warte Nicht zusammen Du musst da hingehen Wo ich hingehe Achso Genau Wir wollen den Avianer Endgegner jetzt fertig machen Endlich Der große Herrschertempel Dieser größten Teils verlassene Tempel Ist laut Esthers Schlussfolgerung Der Ort des Avianischen Artefakts So Das wollen wir holen Da geh ich mal hin Ne Naja Wollen wir Crewmitglieder mitnehmen Ne Brauchen wir nicht Immer mal allein Alles klar Bin ich mal gespannt Auf die 12 Stunden ist es vorbei Oh ich hab Hunger Oh Ich hör's Bieb 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 Oh Oh Es lädt wieder ewig Ich sag dir gleich Bescheid Alles klar Alles klar Ich bin immer noch unterwegs Ah okay Deswegen kann das auch nicht gehen So jetzt bin ich da Oh okay Interessant Ich bin da Ich bin da Oh Musik Schön Warte warte Guck mal hier geht's runter Wollen wir nicht erstmal hier gucken Da geht's doch nix Doch es geht hier voll tief runter Hier ist auf jeden Fall was Das ist einfach nur ne Hä Das war's Na toll Flatsch 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 So Na dann Aufi Für Frodo Ah guck mal hier Verlassene Ich bin mal gespannt Was das jetzt für ein Gegner Oh Hallo Oh der ist ja süß Oh ist der süß Guck mal wie süß der aussieht Willkommen im Tempel Es ist wundervoll dich hier zu haben Ich bin Tonau Kack Warte Ich pflege und reinige den dich Hä Ist der geht nicht so schnell Ich führe dich kurz umher Eine Sache noch bitte Nichts anfassen Wir hatten schon mal Probleme Warte mal Oh warum geht der weiter Ich hab keine Ahnung Ich will das aber lesen Junge Ich komm Ich komm Aha Aha Bitte Ist das eigentlich so ein Federvogel Der ist voll süß Ey guck mal Mit seinem Buch Diese zeremoniellen Masken Sind antik Und durchdrängt von Boah ey Sie sind so antik Dass wir Nicht viel über sie In Erfahrung bringen konnten Dies ist unser Opfer Stolte Das ist ein sehr feines Exemplar Dieser Tempel war einer der wenigen Erbaut Von Kulek Selbst Gott Er ist nicht mächtig Und wundervoll Ja wohl geil Wow Du redest mir viel zu schnell Tunagugak Dies ist eine Statue Eines alten avianischen Kriegers Er nutzt sie nicht mehr Da er nun bereits tot ist Okay Jetzt Oh Jetzt hab ich drauf gedrückt Scheiße Leider ist Dies Die letzte Tür Die für unsere Ist Ist doch scheiße Mach auf Und lass mich durch Oh wie süß Guck mal Der kann hier Pass dir gar nicht durch Bitte versuch Nicht weiter rein zu gehen Das ist einfach zu gefährlich Es ist toll Neue Freunde zu machen Aber diese Führungen sind ein wenig Ermüdend Okay Hier ist so ein Ding Okay hier oben geht's rum Ja warte 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 ich Oh jetzt schläft er Steht einfach rum und schläft Warte ich will mal gucken Was er noch so gesagt hat Ah ne nichts Warte mal kurz Leider ist dies die letzte Ja gut also es ist Er ist auf jeden Fall Irgendwie ein Ach Er ist ein Museumsführer Aber der ist voll süß Oh das ist ja cool hier Guck mal Hat er auch schwere Arbeit Am besten wäre es Wenn du einen Weg findest Während er schläft Liebling Wir wollen ja nicht Dass er sich Sorgen macht Ach Wir müssen uns beeilen Während er schläft Guck mal das sind die vier Elemente hier Ich find das voll cool hier Ja Naja Ja Okay Warte mal Ich muss das ein bisschen genießen Guck mal wie cool das hier alles aussieht Ciao Hab ich doch gern gemacht Danke Okay Scheiße Ah interessant Das sind ja kleine Wichser Ja Die Folge ist wieder ab 18 Ich hasse sowas Geht das hier auch hin und zurück? Ich hab keine Ahnung Ist ja gut Okay Da kommen wir jetzt wieder nicht dran Wir müssen irgendwie unten rum wahrscheinlich Die Informationen, die ich besitze Sagen aus Dass der Tempel zu alt wäre Um so ein tödliches Sicherheitssystem zu verwenden Rehabilitiere Andeutig Und Informationen Bäh Alter Geh doch nicht einfach so schnell voraus Ist genau unser Ding sowas, ne? Ja Oh Ich warte kurz ab Ich hab noch meine Heilung noch gar nicht ausgerüstet Scheiße Wow Warte doch Ja ich bin da einfach runtergefallen Das ging irgendwie auf Äh was ist das? Ja ich hab keine Ahnung Äh? Ja wo ist es hin? Weiß ich nicht Wenn das gleich gekillt ist Dann muss ich mal Das ist irgendwie eingesperrt Warte mal ganz kurz Bleib mal kurz stehen bitte Ich will mal eben meine Meine Dings ausrüsten hier Meine Heilung Äh sonst Bin ich gleich wieder hin Du Okay alles klar Also hier links geht's rum Von rechts auch Ja wo wollen wir lang? Keine Ahnung Rechts? Weiß nämlich auch nix Doch hier sind Hier sind irgendwelche Türen Hier das sind so Türen Warte mal Kann man die hier irgendwo öffnen? Wahrscheinlich auf der anderen Seite Okay Na dann erst mal links rum Ich hab irgendwie Sorge Dass das hier gleich aufgeht Hm Da Oh fuck Da ist wieder so viel Fuck Gar nicht so einfach hier Jo Ist er hin? Ja Warte mal kurz Hier geht's auch runter Lass uns mal erst hier unten bitte gucken Okay Aufteilung des Weges Entdecke Ich schlage vor Weder den linken Noch den rechten Weg zu gehen Dies ist jedoch Keine Option Okay Okay warte Wir müssen erst Links rum Vermutlich Renn mal nicht vor So schnell bitte Das sind so Dinger Pass auf Müssen wir auf alle gehen? Glaub schon Okay Warte Wir müssen das Wir müssen gemeinsam arbeiten Jetzt? Okay Runter Oh Oh Nimm mich Mal küren Hellen Schnell 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 wieder raus Oder? Was war das? Hä? Was ist das? Das ist ein Boah was? Kann man das Wie schlimm Das ist ja krass Oder? Ich würde sagen Der hat einfach einen scheiß Tag Mann Wie heftig Kann ich das nicht aufmachen? Nee Irgendwie nicht Geht nicht Na dann Tut mir leid Junge Viel Spaß noch Okay Ja jetzt hier abwärts Also was links Ja was Warte mal Warte mal Bleib mal hier Das ist Wasser Links Und rechts ist Feuer Also ich wäre auch für links Sonst Oder? Du gehst darum Ich geh darum Du bist eher Feuer Ich bin eher Wasser Ja gut Okay dann Oh mein Gott Oh fuck you Ich hasse Feuer Ja Ich hasse eigentlich auch Feuer Ich bin Florala Achso stimmt Ja Du musst es meiden Du kannst es nicht Erstechen Geschweige denn Erschießen Du musst einfach nur hoffen Dass es dich nicht bemerkt Wie süß Die Nuru hat das gesagt Okay Ach du Scheiße Das ist auf jeden Fall was Wo ich mir deinen Let's Play Auch mal angucken muss Du guckst es mir ja sonst nie an Weil mich das ja nicht interessiert Deine Let's Plays Oh Der Koichi Ist der bei dir? Ja das sagt gerade irgendwas Aber ich kann gerade Sonst bin ich tot Ach das ist ja witzig Das halt Bei mir hat Nuru was gesagt Ja Ja Dann sind wir also quasi richtig gegangen Bestimmt Okay warte Ich hör Feuer Ja Du bist unter mir Ja Warte Ich brauch einen Moment ne Das dauert hier immer ein bisschen Ja Ich bin auch noch nicht fertig Ach hier geht's Scheiße Fuck Ich hab Ich hab das gewusst Nee ich bin wo durch Wo durchgefallen Ich muss das Stück nochmal machen Warte Achso Ich hab mich da auch dummerweise Genau drauf gestellt Obwohl ich es besser wusste Naja Oh ne Kiste Fuck Bin einfach durchgelaufen Okay So Okay 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 bei mir ist das jetzt aus Das Feuer Ich hab auf den Knöckel gedrückt Die kann ich nicht mehr Oh Oh Schleisch Oh ist das Mies Ist das mies Ey ihr Ärsche Echt Oh ist das krass Voll die Kann ich das nicht anmachen Hier Ne Okay Scheiße Hier geht's gleich abwärts Ich hoffe Nicht Okay Das ist ja gemein Wo muss ich denn langen Das ist drüber auch Feuer Ah ne Ah da kommst du raus Ja warte Ist ja geil Wo denn Wo bist du denn unten ne Ich wollte mal hier Hier rechts geht's noch In so einem kleinen Raum Ich geh da mal kurz durch Da muss ich ja als Ball durch Ich komm Nicht mehr zurück Ich muss ja warten auf dich Ja warte ich Oh Fuck 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 Ich muss mich beeilen Ich muss mich beeilen Ich komm hier auch nicht mehr raus Ich umgeh das Feuer grad Warte Mhm So okay Es ist aber spannend hier Es gefällt mir gut Pass auf dass du nicht Verbrannt wirst Hi Hallo Hallo Yay Yay Okay Vorsicht das ist so ein Laser Ding hier oder Ah ne es ist ein Okay Pass auf da geht's abwärts Jo Alles gut Endgegner 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 Ich glaub das ist ein Endgegner Quatsch Doch Quatsch Nicht Nee ist er nicht Das sieht so aus wie ein Endgegner Bist du sicher dass der nicht ist Ja der ist doch kein Da wird doch unten leben dann Hast recht Oh da kommen immer Skorpioner ey Voll cool Mit den Skorpionen Jetzt ist er weg Ey du scheiß dreckes Kerl Da ist er wieder Hi Wie kommt er denn da Ja echt Warte Endlich sollte ich hier auch Nicht sein Eigentlich sollte ich auch nicht hier sein Um ehrlich zu sein Ey ich habe auch die Orientierung verloren Aus der Süß Okay ciao Diese Tür ist etwas zu klein für mich Ich bin mir sicher du passt da durch Du schaust dich hier um und ich suche einen Ausgang auf dieser Seite Okay Das ist ein cooles Level finde ich Das macht Bock Oder Ist mal ein bisschen Bisschen schwieriger so Vergiss dich nicht zu heilen ab und zu Ja Okay Zurück können wir schon mal nicht Hier unten sind wieder so Laser Ja Oh und da ist wieder so ein Ding Vorsicht Okay Warte mal Was ist das denn hier Da ist dann der Endgegner Da drüben Meinst du Das ist doch die Tür dann wieder Ja Ne das ist aber nicht diese Tür Da wirst du so durchgeschoben Das ist so eine Lasertür Auf jeden Fall kommen wir hier nicht lang Wo musst du denn hin Oh fuck ich habe das aufgefasst Ja hier links kommen wir nicht weiter So Ja das ist ja so glücklich Oder was immer Ah Los mach Ne ich glaube wir müssen die eine richtige Reihefolge aufmachen Ne glaube ich nicht Mach mal Mach mal dass wir alle wieder haben Die gehen aber sofort wieder zurück Stimmt Warte mal Mach mal den hier Warte Ja Ja weg Okay warte Sie schon bleibt an Jetzt mach mal den wo du bist Geh hoch Okay Der läuft auch an Okay Ja jetzt musst du noch den anderen machen Oh Verstehe Keine Ruhe Ach da ist so ein Ding Das habe ich schon Kannst du haben Was ist das Boah Violiumerz What Hier ist so ein Ding So ein Federkopp Ding drin Das habe ich schon Warte mal Ich mache mich auch mal hier ein bisschen hübsch Grünungsreif Alter Jetzt geht der Der Lottl mit den Federn Guck mal ich bin ein Hase Ist ja auch Okay na dann Oh jetzt ist da noch einer So ein Scheiß auf den Ja Ciao Oh ein Speicherpunkt Oh das heißt Bald Endgegner Okay abwärts oder Können wir das hier auch machen Warte mal Lass uns mal kurz Lass uns mal kurz hier gucken oder Wir können ja hier sneaken oder Guck mal hier unten sind Lass uns mal hier runter Das sieht nach Da kommen wir ja schon wieder hoch Das kriegen wir schon hin Ne ich müsste hier sogar runter Meinst du? Ach du mal Kommt man oben nicht lang? Ne rechts kriegen es nicht Achso Ich bin fast tot Okay Wir müssen rechts Also links Ist hier irgendwas Warte mal Ach hier ist der Endgegner Warte mal Ich will aber kurz Warte mal Was gab's hier? Links geht es weiter Okay Alles klar Ach das ist zuge Zugefallen Verstehe Ja gut dann Alak Nio Ich hab Angst Kulex Avatar Oh Gott Okay den kann man aber Ganz normal treffen Gott sei Dank Oh guck mal Eis Der macht alle Elemente Ich will nicht schon wieder So sterben wie damals Oh Da hab ich aufgerissen Aber ich glaub der ist Einfacher wie der andere Wir werden es erfahren Vorsicht Oh shit Okay Ich brenne Vor Liebe Oh das hat mich voll erwischt Die Sau Ich hab eingefroren Die Sau Echt? Hat das geklappt? Geil Oder schon tot? Ne Oh Next Level Wäre ja einfach du Dein Lachen Fuck you Alter 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 Ich bin fast allem Ausgewichen Geil Oh shit Ah fuck Ich vergesse es immer man Alter wie oft noch Oh what Arschkeks Oh what Oh 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 Hey lass mal den Scheiß Lass mal den Scheiß Lass mal den Scheiß Hey wir können über alles reden Wir können über alles reden Komm Schnell, rauf da Lauf, rauf da Lava Alter Du bist ja ein richtig kleiner Wasser Was willst du bei mir? Ähm Ey, Kumpel Oh, gut gemacht Gut gemacht Ist die Lava wieder weg? Ja Jetzt kommen die Dinger wieder Au Es ist am besten, wenn du ausweichst und dich heilst einfach Viel mehr bringt er nicht irgendwie Oh, jetzt kommt wieder Eis Oh, was hab ich jetzt gemacht? Gleich ist er hin Gleich ist er hin Ja Jawoll Ja Imaginares High Five Bats Bats Zu spät Voll, also drei Sekunden später Bats Oh, der hat Spaß gemacht Nochmal Ja Nochmal Ich fand einen anderen schwieriger Denn letztes Mal Den Astranox Ja, echt? Da ist er anderen Die Astranox Das ist eine Frau Ich sehe, was du vorhattest Die ganze Zeit schon Du bist hier, um Clulex zu dienen Ich meine, du Es ist ein Zeichen Dass dieses Artefakt hier ist Bitte lass mich mitkommen Fragezeichen Ich bin ein engagierter und enthusiastischer Diener Clulex Ja, komm mit Ja, klar 20 Euro im Monat Ah Key recovered Recovered Coverage Oh, oh Das ist meine, 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 meine Vergangen Scheiße Ein Teleporter Dank Clulex Ah, guck mal Tunauag 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 Was hast du da bekommen? Zeig mir, was du bekommen hast Ich muss mal gucken Ich will sehen Ich weiß gar nicht, was ich bekommen habe Ich weiß nicht Ich habe ein Hähnchen bekommen Ein Hähnchen? Großes Geflügel Ja, das hast du beim Hast du so ein Geflügel Ah, hier Ein Schild Eine Waffe Und eine Fangkapsel Echt? Eine Fangkapsel? Ja gut, okay Du hast mir ja schon eine Ne, alles gut Alles gut Braucht ja nicht Na dann zurück Oder so Also Was? Ach hier, das war noch drin Das Buch Oh, ja, das ist gut Zum Lesen Eine Wüstenpetition Ah, Junge Warte doch Warte doch, bitte 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 warte doch Bitte Ich wäre zum Ark zurück Kaninchen Voraus Ach, guck mal hier Jetzt steht er hier Hier hast du einen Segen Den brauche ich nicht Ich habe Skill So, du darfst sie wieder Synchronisieren, bitte Ich Ja Oh, Jackie Und hallo, die Trottel Ein weiteres Artefakt An seinem Platz Wir nähern uns allmählich Unserem Ziel Einen guten Döner Gut gemacht Okay So Wo ist denn der Artefakt? Ach, da oben Ich wollte gerade sagen Drei Stück haben wir Die hat eine neue Mission Ja Ich denke Wir sollten unsere Jagd Nach dem Apex Artefakt beginnen Das sind diese komischen Flauschigen Tierchen Die aus ihn werfen Die Apex können Üblicherweise Auf eisigen Planeten Gefunden werden Die gefrorenen Sterne Umkreisen Oh Was labert die Frau Diese Stellen Als die besten Orte da Um nach Hinweisen zu suchen Die wir brauchen Pack dich warm ein, ja Und Moment Ich muss den Saugezeiger wegmachen Und denke daran Die Apex sind momentan In Aufruhrstimmung Zeit also auf Der Hut Bestimmt Der Hut Der Hut Der Hut Der Hut Der Hut Ich würde sagen Wir haben jetzt die Hälfte Von allen Artefakten Und wir beenden die Staffel Dann jetzt langsam Weil das wir in der nächsten Staffel Die anderen drei Artefakte suchen können Oder Genau Ja Wieso habe ich Dornenschaden Und durchgehend Das ist wahrscheinlich Weil du Dornensaft getrunken hast Oder Ne habe ich nicht Ne Keine Ahnung Oh hier Ach toll Da war ja was Total uninteressant Was ist das denn hier für Oh Oh Ich habe Oh Ja ist cool Ja das Ding Hoffentlich kann man das cool Was denn Ich habe eine Tischkarte gekriegt Und hey Hey Hör mal stehen 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 Denk dran Jetzt hat geknutscht Geh weg Nein Nein Ich will nicht Die Noah hat auch eine neue Aufgabe Naja Okay Machen wir aber dann In der nächsten Staffel tatsächlich Wir beenden jetzt die Staffel Ich hoffe Das hat euch gefallen Und ihr schaltet auch in der nächsten Staffel Bei diesem coolen Spiel Starbound wieder ein Arschlochspiel Arschlochspiel Ja Mit neuer Crew Und allem allem Drum und dran Vielleicht habe ich dann auch mal bis dahin Mein Schiff ein bisschen Dekoriert Ja Ich hoffe Also alles Alles neu Alles besser Alles cool Ja aber was kommt denn jetzt noch Wie was kommt denn jetzt noch Was kommt denn Weil Staffel Staffel Ende ist Was kommt denn jetzt Ich merke sie steht auf der Leitung Hä Ja kommt jetzt einfach nichts Oder was Wie Staffelende Staffelende Ich verstehe nicht Achso Anschließend Keine Ahnung Das Best of Nein Nein Aber egal Alles gut Sag doch mal Wir werden es dann sehen Wir werden es dann sehen Was denn Wir werden jetzt einfach mal so drei Monate Keinen Kontakt mehr haben Nee Und Genau Kein Kontakt Ach du meinst ein anderes Let's Play LPT Was Meinst du das Ist was Gibt es da wirklich eins Ein anderes Let's Play Ein anderes Let's Play Ein anderes Let's Play Together Ja also der Kevin und ich Wir werden natürlich weiter zusammen zocken Ne Auch wenn jetzt erstmal Staffelende ist Und Starbound erstmal jetzt nicht mehr kommt Ich werde schließlich auch dafür bezahlt Du wirst ja dafür bezahlt Du bist ja mein Mein Boy Boy Mein Boy Toy Ah ok Boy Toy Ich bin ja deine Sugar Mami Und du bist mein Boy Toy Das heißt Toy Boy Toy Boy Boy Toy Yeah ich bin ein Kaninchen 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 Die schmecken auch gut Ja Ja es ist ein bisschen tragisch Man merkt Ich möchte das Ich möchte die eigentlich nicht beenden die Folge Weil dann ist erstmal Kein Starbound mehr Ist schon tragisch Hast du noch irgendwas zu sagen Kay Funk Kay Funk Ja Lass sein Ciao Einfach nur schau Hast du einfach nur schau zu sagen Ja war schön Schön dass wir jetzt auch wieder aufhören Und Oh Alles klar Nein Es ist bei mir hier so Bei dir nicht Keine Ahnung Ja gut in der nächsten Staffel Dann die nächsten drei Artefakte Es geht weiter in der Story Dann kommt der Big Boss oder Und dann kommt irgendwann auch der Big Boss Und Ja Alles das in der nächsten Staffel Oh yeah Schaltet wieder rein Wenn es wieder heißt Fallout 76 Alles klar In diesem Sinne Ciao 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 Ciao